Die drei Dankeschön-Videos, die gestern auf meinem Kanal erschienen sind, also der Special und der Bränden 100, war sozusagen ein rieses Dankeschön an eure Beteiligung, muss ich nochmal sagen, war das echt schön. Die ersten beiden hatte ich selber erstellt gehabt und den dritten Bränden 100, da hatte ich eine wunderbare Idee dafür gehabt, das mit dem Texten mal zu machen, mal mit den Farben so, dass die 100 auch immer hüpfen tut. Aber da ich so ganz der Programmierer bin, hat ein guter Bekannter von mir mit dem Namen Jonas es für mich erstellt. Und daher möchte ich mich auch nochmal für seine Mühe bedanken und für seinen Aufwand. Und ich bin ebenfalls ein sehr großer Fan von seinem YouTube-Kanal, da er selber YouTuber ist. Er macht ebenfalls wunderschöne Videos, die ich mir immer gerne anschaue. Und unten habe ich den Link zu seinem Kanal eingefügt. Und vielleicht hat er ein oder andere Interesse, in seinen Kanal reinzuschauen oder ihn zu abonnieren. Das würde mich und auch ihn sehr riesig freuen. Danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir werden noch eine schöne Zeit miteinander haben. Auch weiterhin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.